So, hallo, wir machen weiter. Bei Cult of the Lamp. Das ist jetzt schon wieder so eine Aufnahme, die schnell sein muss, weil sonst ist wieder kein Part da. Also ich bin im Moment immer sehr knapp dran. Es ist aktuell auch alles hochgeladen, was ich schon aufgenommen habe. Entsprechend, ja. Wir haben mittlerweile... Ich glaube, Veit und... Bart wieder hier und Felix ist, glaube ich, noch tot. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ja. Also um Felix müssten wir uns noch kümmern. Wir können aber mittlerweile wiederbeleben. Und selbst wenn diese Krankheit kommt mit den Kristallen, können wir sie heilen. Das ist also ganz gut. Ansonsten hoffe ich, dass wir heute ein paar weitere Stages in der dritten Welt hinbekommen. Dass wir uns da auch mal dem dritten Boss nähern. Und... Ja. Gebaut haben wir auch recht viel letztes Mal. Ich habe vor allem 20 Goldbarren für diese Pilzstatue ausgegeben, die mir am Ende jetzt auch nur wieder so ein rotes Ding gegeben hat, was ein neues Vlies zusammensetzt. Ja, wir können, glaube ich, ein neues Vlies holen, stimmt. Aber ich benutze die Teile nicht, weil die halt immer auch einen Nebeneffekt haben, der nicht so gut ist. Wir können ja gleich nochmal alle Vliese durchlesen, aber keines davon ist so richtig gut für mich. So, was ist denn jetzt los hier? Spiel. Was, was, was tust du? Ich rede und rede, aber du... Du lädst gerade nicht. Okay. Jetzt kommt Ton. Jetzt kommt Spiel. Das hat ja gedauert. Was war los? Alles leckt. Hallo? Ja, äh, Spiel? Also ich sehe gerade so viel wie ihr. Was ist jetzt los hier? Hallo? Warum? Warum hängt hier gerade alles? Okay, jetzt geht's. Unterkunft ist zusammengestürzt. Ah, das hat wahrscheinlich... Die Unterkunft hat wahrscheinlich die gesamten Ressourcen aufgebraucht. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es war. So. Können wir erstmal reparieren. Alter, was ist denn los? What the heck? Habe ich an dem heutigen Tage schon gedingst? Nein, okay, dann inspirieren wir gleich mal. Oh, zack. Ja, dann machen wir erstmal wieder unsere typische Runde. Alles zu inspirieren, was uns in die Finger kommt. So. Die haben jetzt, glaube ich, alle gleichzeitig erwischt. Sehr schön. Hier können wir inspirieren. So. Sehr gut. Ich muss auch hier wieder... Ah, ich habe schon Sachen reingelegt. Okay. Dann lass mich kurz gucken, was ich neu reinlegen muss. Äh, wir wollten, glaube ich, die Erweiterungen hier bauen, ne? Ne, ich wollte was anderes bauen. Ich wollte diesen, dieses, dieses Samending wollte ich bauen. Das da wollte ich bauen. Stimmt. Äh, 18 Goldbarren. Also hier wären jetzt noch sieben hergestellt. Ah, okay, hier habe ich die ganzen Goldbarren rein. Okay, das heißt, die Goldbarren hatte ich hier alle rein. Und dann brauchte ich noch zehn so Holzteile. Dann machen wir den Rest erstmal voll mit Holz. Dann sind da erstmal fünf jetzt. Gut, gut, gut. Ah, dich muss ich noch inspirieren. So. Zack. So. Dann haben wir auf der Farm wahrscheinlich noch Leute zum Inspirieren. Oder zumindest einen. Ja, Fight. Man sieht ihn fast gar nicht. Weil er hier ganz fleißig am... Oh mein Gott, seht ihr das? Wie viel ich gerade hier... Wie viel ich gleich aus der Truhe rausholen kann. Da war jemand richtig fleißig hier am Werken. Alter. Nice. So. Aber dann tun wir jetzt gar nichts hier ein. Weil hier sind eh noch Sachen drin in den ganzen Silos. Also das... Okay, aber das Düngersilo können wir wieder auffüllen. Das können wir auf jeden Fall wieder auffüllen. Ich dachte, vielleicht kann man die fangen. So, hungertechnisch sieht es nicht so gut aus. Da können wir uns gleich drum kümmern. Gibt es aktuell was Neues, was ich kochen kann? Nee, ne? Also auch dieses Ding, was mal eine Quest war zum Kochen, ist bisher einfach nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Es ist bisher einfach nicht aufgetaucht. Wieso kann ich da nur noch 5 reintun? Was ist denn da los? 0 von 5. Ah! Nee. Okay, keine Ahnung. Ähm. Gut. Dann machen wir Predigt. Weil offenbar habe ich heute noch nicht Gedingst. Dann habe ich auch wahrscheinlich noch keine Predigt gehalten, ne? Hier ist auch schon wieder alles voll. Das können wir auch gleich wieder leeren. Zack. Da ist auch schon wieder was drin. Sehr schön. Ah ja, und er schläft natürlich. Okay, pass auf. Machen wir eine Predigt. Ja, fangen wir mal damit an. Fangen wir mal damit an. Oh, das dürfte reichen. Oder? Yes. So, dann hätten wir jetzt hier Segen der Relikte. Schalte gesegnete Relikte frei. Einige Relikte erscheinen zufällig als gesegnete Versionen. Okay, sind wahrscheinlich stärker dann. Und verfluchte. Ah ja, okay. Also beides ist sicherlich sinnvoll. Hier kann man die Spezialattacken verbessern. Die ich fast kaum nutze. Und hier haben wir halt nur noch mehr Flüche. Die ich auch fast kaum nutze. Also so richtig krasse Ich glaube, ich werde mir trotzdem mal Kudai Segen holen. Weil wenn da einfach, keine Ahnung, der Hammer oder so ist und ich dann neu beschwören könnte, ist es glaube ich gar nicht so verkehrt, weil ich mit dem Hammer einfach echt nicht gerne spiele. Nur so mal als Beispiel. Ich glaube, ich würde mir wirklich mal diesen Segen holen. Und hier ist halt, das ist halt alles tauchen neue Flüche auf, tauchen neue Flüche auf, tauchen neue Flüche auf. Das ist halt mehr Flüche freischalten. Was nicht verkehrt ist, gar keine Frage, aber es erscheint mir nicht als das Sinnvollste. Also so richtig viele Abgehörige gibt es hier gar nicht mehr, die mich wirklich interessieren. Es ist einfach nur so, man arbeitet es halt ab. Man arbeitet es halt ab. Aber alles Wichtige haben wir. Ich wollte es nur noch mal durchgehen. Also alles, was für mich wichtig erscheint, haben wir. Komm, dann machen wir jetzt mal den Kollegen hier und gucken mal. Jetzt kann ich es ja machen. So, jetzt kann ich es ja machen. Jetzt ist es ja kein Problem. So, Krone. Also Tafel haben wir nicht voll. Herz haben wir auch kein neues, aber hier. Jetzt gehen wir das noch mal durch. Jetzt lesen wir das noch mal durch. Der verursachte Schaden erhöht sich mit jedem Kill, wird aber zurückgesetzt, wenn du getroffen wirst. Du erleidest doppelten Schaden. Das heißt also, ich werde mit jedem Treffer stärker, solange ich ohne Gegentreffer spiele. Wenn ich getroffen werde, was also nicht passieren sollte, bekomme ich aber doppelten Schaden. Das klingt halt grundsätzlich nach einem super coolen Ding, aber ist halt auch super riskant, wenn man oft getroffen wird. Also man kann es grundsätzlich mal ausprobieren, aber das wäre jetzt was, was ich sage, würde ich am ehesten noch ausprobieren wollen. Flüche verursachen doppelten Schaden und kosten nur die Hälfte an Eifer, aber Nahkampfwaffen, Schaden und Lebensenergie werden halbiert. Alleine Lebensenergie wird halbiert. Oh mein Gott. Man spielt dann also hier fast nur mit Flüchen, was auch nicht schlecht ist, wenn der Fluch gut ist, zum Beispiel dieser Dreierschuss. Und man zahlt nur noch die Hälfte an Eifer. Aber auch das klingt nicht so. Du erhältst bei jeder Ziehung einer Tarot-Karte ein krankes Herz, wirst aber durch erlittenen Schaden vergiftet. Also pro Tarot-Karte kommt ein Herz dazu, was auch nicht schlecht ist. Es gibt relativ viele Herzen, aber ich darf auch da kaum getroffen werden. Und ich kann nur maximal ein krankes Herz, ah, guck mal, maximal ein krankes Herz gleichzeitig. Das ist natürlich auch wieder blöd. Weil wenn ich dann nicht getroffen werde, zwischendurch ist das Herz auch noch da und ich kriege gar kein neues. Ja, weiß ich nicht. Und alle Herzen werden durch 1,5 Mal an blauen Herzen. Ja, das ist so ein bisschen, wie das gab es auch bei Isaac. Ach, Quatsch. Bei... Bei... Hollow Knight. Äh... Nee, war es doch Isaac. Ich glaube, es war Hollow Knight, dass die Totenköpfe durch Blaue ersetzt wurden. Und Blaue kriegst du halt nicht aufladen. Aber du hast halt insgesamt dann mehr Energie. Also ja, auch das nicht verkehrt. Aber ich werde jetzt als erstes Mal das Gelbe freischalten, aber nicht nutzen. Vielleicht mal für eine Challenge oder so. Keine Ahnung. Aber aktuell fühlt sich das nicht richtig an. Habe ich es jetzt angezogen eigentlich? Ja. Okay, zurück damit. Gut. Können wir wiederbeleben? Yes. Wie viel Glauben haben wir aktuell? Bleibt mal hier. Okay, Glaube ist voll. Wir wiederbeleben. Wir holen Felix noch zurück. Und selbst wenn Felix krank ist, haben wir die Kristalle. Habe ich aktuell genug Kristalle? Wait a moment. Wären die nicht hier oben, die Kristalle? Habe ich gerade gar keinen Kristall? Ah, hier acht. Okay, ich habe nicht so viele. Ja, pass auf. Wir beleben auch Verdacht wieder. Und wenn er die Krankheit haben sollte, diese Wiederbelebungskrankheit, kann ich ja noch Kristalle holen. Er stirbt ja nicht sofort wieder. Na? Und wenn wir eh gleich auf Kreuz zu gehen. Okay, pass auf. Wir machen die Reihenfolge. Wir machen das Gehirnwäsche-Ding. Dann, 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 dann stresst mich, äh, dann stressen mich die Flüche nicht. Die eventuell durch den, durch den Priester kommen. Und dann tut das hier auch gar nicht mehr weh. Machen wir es so. Machen wir es so. Dann koche ich was, bereite was vor. Dann kann der Hunger auch nichts, nichts anrichten. Das sollte doch passen. So. Und dann holen wir Felix zurück. Da ist er. Da ist er. Willkommen zu Hause. An der Stelle. Bitte habt keine Krankheit. Felix hat die Eigenschaft katatonisch erworben. Schade. Na gut. Aber das scheint halt recht normal zu sein. So. Jetzt pass auf. Ähm. Was wäre jetzt hier noch Sinn? Hier ist es halt auch schon mittlerweile ganz schwierig, noch was Sinnvolles zu finden. So ein paar Sachen, die man sagt, könnte man abarbeiten, wie zum Beispiel das Tabernakel verbessern. Äh. Ist wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Ist aber halt auch einfach mehr Hingabe. Ja. Ist halt einfach mehr Hingabe. Und das ist halt auch einfach mehr Hingabe. So. Ich will halt wissen, ob es noch irgendwas für mich wirklich wichtig und sinnvolles gibt. Wir könnten, wir könnten mal den Missionar upgraden. Wir könnten mal den Missionar upgraden und dann gucken, dass wir wirklich auch Leute hier, dass wir auch hier solche speziellen Materialien zusammen bekommen. Das wäre vielleicht auch noch ganz cool. Aber ich will auf keinen Fall jemanden auf eine Mission schicken und dann stirbt der. Das fände ich nicht so cool. Ah. Die verbesserte Steinmine habe ich noch gar nicht. Okay. Die holen wir uns auf jeden Fall. Die holen wir uns auf jeden Fall. Okay. So. Gut. Dann gucken wir noch mal kurz zur Sicherheit nach. Aber für Felix, ja, ich brauche noch sieben Stück. Gut. Nach der nächsten Mission geht das durch. Nach der nächsten Mission geht das durch. Dann bereiten wir hier in der Küche vor. Ähm. Fieser Fleischbrei. Nee. Haben wir nicht irgendein? Schlichte Schüsselbeeren. Ah. Das Ding ist jetzt halt wieder. Ich würde gerne mal das Gleiche machen, aber vom Gleichen kann ich nichts... Aber machen wir gemischt. Machen wir einen Teil mit Blumenkohl. Und einen Teil mit Fisch. Ah, wenn die sich übergeben, ist ein bisschen blöd wegen der Sauberkeit. Krankheit ausgelöst. Ja. Haben wir irgendwas, was gar kein Nebeneffekt oder nur... Davon habe ich aber nur eins. Erschöpfung. Ja, komm. Machen wir es so. Es sollte auf jeden Fall. Der Hunger wird auf jeden Fall gestillt. Und wenn dann ein bisschen was hier rumliegt, dann ist es so. Wir haben ja eigentlich einen Reinigungsdienst. Also eigentlich sollte das ja... Oh, wir haben 13 Anhänger. Ich habe nicht für alle gekocht. Ich habe nicht für alle gekocht. So. Okay, bedient euch. Ich gehe questen. Ah, apropos questen. Habe ich hier noch irgendwas, was ich jetzt nicht beachtet habe? Nicht, dass hier irgendwas abläuft und ich wieder... Scheiße. Da muss ich aufpassen, dass mir die nicht abläuft. Aber ich will ja gar nicht... Ach, Mann. Wenn... Wenn diese Quest in der Zeit abläuft, in der noch der... der Pilz-Effekt gilt, würde ich sie einfach ablaufen lassen. Dann verliere ich nämlich keinen Glauben. Dann ist es egal und dann muss ich auch nicht ermorden. Ich finde das ermorden. Ich dachte, das ist... Also ich finde das irgendwie nicht so gut. Keine Ahnung, wie man dieses Relikt finden kann. Hier steht auch nicht mal mehr der... Kann man den Hinweis hier nochmal irgendwie lesen? Nee, na? Na, keine Ahnung, wie man das... Aber ich verfolge mal das. Das muss ich auf jeden Fall lesen. Ja, dass man Astra Goloi spielt, das ist mir schon bewusst. Das brauche ich nicht extra verfolgen. Und auch hier, dass man den Hinweis gar nicht mehr nachlesen kann, finde ich natürlich großartig. Das nützt mir jetzt gar nichts mehr. Okay. Ja, dass wir den erledigen müssen, ist auch logisch. Okay. Gut, dann lasse ich mir nur den Kollegen da anzeigen, der abläuft. Haben wir hier wieder was zum Kaufen eigentlich? Jawollo! Dann holen wir uns doch schon mal einen neuen Anhänger. Sehr gut. Tschüssi. Ich glaube, hier kann man ständig einfach für 50 einen kaufen, ne? Der hat immer wieder welche. Ah, und hier könnte man auch... Oh, rote Beete habe ich noch nie eingepflanzt, ne? Vielleicht finden wir rote Beete auch noch normal. Gut. Zwei Stück hätten wir... Es sind nur noch zwei bis zum nächsten Boss. Ach so. Also die und dann wäre die nächste schon der Hauptboss. Ey, wenn wir schnell genug sind, vielleicht ist es drin. Mal gucken. Jetzt gucken wir erstmal, was für eine Waffe wir am Anfang bekommen. Göttlicher Dolch. Ja, let's go. Da wird hier nichts... Ach, und guck mal. Hier wieder beschwören würde es sogar 50 kosten. Also das ist gar nicht mal so, dass man das einfach auslösen kann. Also dieses Kudai-Segen kostet sogar auch noch Geld. Ja, nee. Alter Dolch, nice. Aber auf jeden Fall göttliche Waffe. Allein das ist schon großartig. Also ich werde... Die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Waffe nochmal wechseln werde in dieser Runde ist sehr gering. Weil eine göttliche Waffe bekommst du jetzt nicht alle Tage. Haborim ist schwer erkrankt und wird ohne Bettruhe in wenigen Tagen sterben. Schwer erkrankt? Kam das jetzt durch das Essen oder was? Was ist denn da los? Wir fahren jetzt ohne Bettruhe. Geht der jetzt nicht von selber ins Bett, bitte? Mondhalskette, cool. So, wir brauchen auf jeden Fall Kristalle. Oh, ist das schon wieder dumm. Kann ich sehen. Warte mal, Haborim war es, na? Kollege, wo bist du, Haborim? Sehe ich da, wie viel Zeit ihm bleibt? Nee. Sehe ich halt nicht. Ist das nicht sogar der, den ich umbringen soll? Alter. Alter. Alter, der Typ, der Typ hat, der Typ hat definitiv gelitten. Entweder er stirbt durch eine Krankheit, oder ich heile ihn und dann bringe ich ihn in der Nacht um. Aber er hat jetzt ja, ich erinnere mich, er hat es ja sogar selber gewollt. Das ist ja nicht mal eine Quest, die wir von einem anderen bekommen haben. Das ist ja er selber, der gesagt hat, er will von mir ermordet werden, na? Stimmt ja, das hat er ja selber sogar gesagt. Ich erinnere mich wieder. Oh, ist das bescheuert. Oh, weiß ich nicht. Also, bisschen makaber, hier ist wieder Tarotkarte, sehr gut. Bisschen makaber ist es ja schon, ne? Bisschen makaber ist es ja schon, das Spiel. So, Chef. Allgemeiner Waffenschaden erhöht sich. Let's go. Das, das ist ja großartig. So kann ich von dir mir jetzt eigentlich nochmal... Jo, da ist schon wieder eine bessere. Angriffstempo erhöht sie. Aber wir kriegen nur gerade geile Karten. Was ist denn hier los? Geil. So kann er mir nochmal die, die, die Dings erzählen. Schwester Chemars Wahnsinn wurde mit den ersten Karten aufgedeckt, die von ihrer eigenen Zippe gezogen wurden, wie ich es stets getan habe. Ist das Schicksal der Gral, der gesucht werden muss, oder die Kraft, die einen vorwärts treibt? Lass uns noch ein weiteres Mal ziehen. Die erste Karte ein Leuchtfeuer. Die zweite ein Schatten. Die dritte etwas Verlorenes, möglicherweise gestohlen. Umgedrehte Karte muss gesucht werden. Was soll ich damit anfangen? Die erste Karte ein Leuchtfeuer. Die Karten sprechen, ein Relikt ruft. Ich verstehe den Hinweis nicht. Ist das eine Reihenfolge an Ritualen, die ich... Ich meine Leuchtfeuer? Wir haben ja dieses, dieses Lagerfeuer, dieses Lagerfeuer-Ding. Aber dann ein Schatten? Ich verstehe absolut nicht diese Hinweise. Aber es ist gut, dass wir das jederzeit... Also jetzt weiß ich auch, dass man das jederzeit nochmal nachlesen kann. Das ist auch gut zu wissen. Alter, das göttliche Zeug ist so krass. Verwandle einen zufriedigen Gegner in Kleinvieh. Let's go. Einfach ein Relikt bekommen. Sehr schön. So, testen wir gleich mal. Ah, okay. Und Aufladetempo war mittel. Zeug Agaris hat ein hohes Alter erreicht. Oh no. So, Agaris muss ich dann aber auf jeden Fall in der Nacht mal ermorden. Also, weil, ne? Alte Amorten haben wir ja gelernt. Ist okay. Aber es sollte trotzdem nicht jeder mitbekommen. Uh. Das Teilfen. Sieht schon schön aus. Also, es ist ja nicht so, dass die Dekos nicht schön aussehen. Und ich würde die Dekos ja auch bauen, wenn sie nicht Ressourcen verbrauchen würden, die ich halt definitiv besser benutzen kann. Gebt mir alle eure Fische. Nice. Okay, wir haben alles, ne? Let's go. Okay. Ich will relativ schnell wieder zurück. Also gehen wir an den Weg mit möglichst wenig Kampfräumen. Hier bekomme ich Stein. Dann Shop. Kampfraum. Boss. Ich denke, das ist der schnellste Weg. Ich denke, das ist der schnellste Weg. Alles andere sind mindestens zwei Kampfräume. Ah, hier. Hier bekäme ich Essen. Shop. Essen. Kampfweg. Kampfraum. Könnt auch gut. Ja. Und ich glaube, das Symbol hier heißt, dass es Schemach ist. Dann gäbe ich, würde ich da nochmal Anhängerfleisch bekommen, ne? Ich glaube, wir gehen den Weg. Aber nicht Schemach. Nevermind. Oh, hast du auch einen neuen Hinweis für mich? Ach, wofür sind Herzen gut... Ne, ich kenne den noch gar nicht. Forneos. Ne, kenne ich noch gar nicht. Der hat eine Tarotkarte, sehe ich gerade. Ach, wofür sind Herzen gut, wenn man sie nicht weggeben kann? Ich dachte einst, dass ich meins für mich behalten würde. Zwei Kinder hatte ich, das war echte Liebe. Und doch wurden mir an einem trüben Sommertag meine wunderbaren Kinder genommen. Ein Geschenk, sagten sie, für den, den sie am meisten lieben. Jenen, der wartet. Ich weinte, ich klagte. Aber wie kann man sich einem Gott verweigern? Wo immer sie sind, ich hoffe, dass sie genauso fromm und liebevoll sind wie ich. Oha. Oh, Gebotsteinfragment. Anhängerform. Laupause. Oh, das muss ich sogar kaufen. Ne, dann nehmen wir das Fragment. Oh, hier gibt's Her... Okay, aber ich kann's nicht aufladen. Aber gut, das waren Geschenke, ne? Okay. Ja, kann ich leider nicht nutzen. Und die könnte ich kaufen. Fluchangriffsschaden erhöht sich. Nee. Um 1,25. Na, bevor ich's beruh... Nee, passt schon. Irgendwie klingt es nicht so, als wäre es 30 Münzen wert. To be fair. So, gebt mir all euren Hopfen. So, sehr schön, weiter geht's. Habe ich alles? Ich glaube ja, ne? Das sieht immer so aus, als ob man mit der Deko am Rand irgendwas machen kann, aber das ist wirklich nur Deko. Okay. Kampfraum vorm Boss. Also vorm Boss Abschnitt, muss man ja sagen. Alter, ich bekomme hier überall Herzen und brauch's so nicht. Aber, das ist jetzt gut zu wissen, dass hier welche rumliegen, wenn ich getroffen werde. Kehren wir auf jeden Fall hier hin zurück und holen uns Herzen. Na? Oh. Ah, der nächste Spieler, na? Plimbo. Das ist bestimmt der nächste Spieler. Willst du einen Blick auf die schönste Aniquität aus den Ländern des Allglauben werfen? Lange meine Schiffe fahren, ist Plimbo's Geschäfte geöffnet. Nee. Neue Zuflucht. Das bedeutet auch neue Schnecke. Neue Zuflucht, die Schmugglerstätte. Okay. Okay. Das ist, das ist Beek. Weil das bedeutet auch neue Schnecke. Vielleicht bekommen wir dann endlich mal gesagt, was diese Schnecken macht. Also vielleicht wird dann diese Schneckenquest endlich mal irgendwie geklärt. Außer es gibt noch eine andere. Also es gibt noch einen vierten, fünften Ort. Keine Ahnung. Okay. Aber ich vermute und hoffe mal nicht. Oh. Ist das der letzte Pfad? Nee. Drei Pfade gibt's noch. Okay. Oh, Kartau-Karte. Let's go. Doppelte, okay. Doppelte Energie beim Heilen. Finde ich gut. Das heißt, wir könnten uns sogar ein paar mehr Hits leisten, bevor wir das Herz am Anfang wiederholen. Sollten wir es holen wollen. Oh, noch mehr Tarot-Spaß. Das kann ich noch nicht neu kaufen, schade. Aber hier kann ich natürlich eine mehr holen. Bewegungstempo haben wir eigentlich schon. Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch fallen lassen. Och ja, warum nicht, ne? Ich glaube, wir sind, also ich glaube, schnell genug sind wir. Also ich glaube, schnell genug sind wir. Aber mehr Essen kann man, Essen kann man nie genug haben. Essen kann man nie genug haben. Let's go. Sehr, sehr schön. Ist das nur der einzige Gegner hier? Ja. Oh, oh boy. Was tust du? Was tust du? Es scheint, als könntest du weder durch Krankheit noch durch Hunger aufgehalten werden. Und er bringt dich jedes Mal stärker von den Toten zurück. Du musst wissen, dass es nicht meine Idee war, die rote Krone zu verstoßen. Meine Geschwister, die anderen Bischöfe sind dafür verantwortlich. Bitte ich flehe dich an, verschone mich. Töte Shamura, aber schicke mich nicht in meinen Tod. Schicke mich nicht zu ihm. Oha. Du wirst meinen Tempel nicht finden. Ich werde hier sicher sein. Ja, ich werde in Sicherheit sein. Oh, jetzt hat er Angst. Oder sie. Ich weiß ja nicht immer, ob das eine er oder eine sie ist. Letztes Mal war es scheinbar eine sie und ich habe immer er gesagt. Aber ist auch egal. Es sind Bischöfe fertig aus. Aber er hat jetzt Angst. Okay. Da kann ich leider nichts dran ändern. So, jetzt können wir uns das Herz holen. Jetzt können wir uns das Herz vom Anfang holen. Jetzt lohnt es sich auch. Zurückzukehren. So. Okay. Gehen wir zum Anfang zurück. Ganz fix. Und wenn ich die Terrorkarte halt richtig verstehe mit der doppelten Heilung, heißt das jetzt, dass ich hier wieder voll bin. Genau, sehr gut. Ah, schade. Ich dachte, ich kriege den noch. Okay. Das war frech. Während ich das Relikt eingesetzt habe, hat der einfach hier Dings gemacht. Das war frech. Aber ist okay. Also ich muss ein bisschen auf meine Energie achten. Okay. Okay. Ja, und das war's. Nee. Okay, die Tentakeln. Wir haben aktuell... haben wir dieses Ding. Das ist eigentlich schon stark. Das ist eigentlich schon stark. Ich würde die Tentakeln... Nee, ich glaube, ich lasse die liegen. Nee, wir nehmen hier lieber nichts. Denk, ich bin gut ausgerüstet. Okay, jetzt, wenn ich... Wenn ich schön geschickt zu den Viechern hingehe, kriege ich's vielleicht... Ja, ich hab gehofft, dass ich... Weil ich glaube, die sind die, die Herzen droppen, wenn ich sie erwische. Manchmal droppen die Herzen. Ah, jetzt leider Fisch. Okay. Ist auch in Ordnung, ne? Keine Frage. Okay. Aber Herzen wäre gerade wichtiger. Vor allem blaue. Okay, aufpassen. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich hab nur noch drei. Oh boy. Oh, Tarotkarte. Sehr gut. Okay, Krit, Krit-Chance erhöht sich. Beziehungsweise sie ist jetzt, glaube ich, überhaupt erst vorhanden. Also immer, wenn jetzt so ein Stern über mir ist, würde ich einen Krit-Treffer... würde ich Krit machen. So. Okay. Weiter. Ist das nur der Gegner? Ja. Okay, gut. Schön entspannter Raum. Mit zwei Wegen. Da wäre kurz Krit gewesen. Habe ich jetzt aber natürlich an den Stein verschwendet. Geht aber halt auch nicht anders. So, ich darf die Knochen nicht vergessen. Sonst haben wir irgendwann keine Knochen mehr, was nicht so gut wäre. Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh boy. Okay. Ja, mehr Eifer. Dann könnte ich auch jetzt mal öfter meine Fluch einsetzen. Um ehrlich zu sein. Oh, hier geht's schon zum Boss. Okay. Da ist nochmal Tarot. Oh, geil. Da ist nochmal Tarotkarte. Let's go. Zusätzliches halbes Herz. Ja, komm, nehmen wir, nehmen wir. Ich glaube nämlich, damit bin ich auch... Ja, ich damit bin ich auch wieder geheilt. Kann ich hier nochmal? Ja, let's go. Krankes Herz oder... Ich glaube, dann nehmen wir das hier. Das wäre so der... Das wäre so der... Der letzte... Der letzte... Der letzte... Schutz, wenn ich nochmal getroffen werde, Das dann... Das dann was anderes den Schaden zufügt. Und zwar nicht nur einmal bei dem kranken Herz. Sondern wirklich dauerhaft. So, ich will nochmal... Das ist nämlich die... Ah, das ist die Dolchfähigkeit. Die habe ich auch noch nie ausprobiert. Die wollte ich jetzt mal... Mal testen. So, was haben wir jetzt hier für Waffen? Gnadenloser Dolch. Gnadenloser Panzeranschuh. Also beides gnadenlos und eine Stufe höher. Aber wir haben ja eine göttliche... Göttlicher Dolch. Ich glaube, der ist schon stärker. Also wir lassen das. Wir wechseln hier nix. Okay. Dann... Boss. Ich denke, das sollte passen. Ich denke, das sollte passen. Baal se, Bub. Okay. Oh, die Reichweite ist nicht so krass. Aber das trifft ganz gut, wenn es mal trifft. Ja. Also auf jeden Fall krasse Dolchfähigkeit. Oh, Bruder. Ich muss aufpassen. Oh, der war super. Der war... Oh mein Gott. Der war richtig gut gesetzt. Nice. Der war richtig gut gesetzt, der Schuss. So. Ab mit dir. Damit haben wir schon wieder zwei neue Anhänger. Und die Wahl zwischen Holz, Stein, Goldklumpen... 20 Holz klingt doch ganz gut. Und die nächste Tafel ist voll. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir wieder viel zu tun, wenn wir jetzt zurückkehren. Vor allem aber erstmal die Krankheit heilen. Zwei Krankheiten, die wir heilen müssen. Die von Felix und die von dem Kollegen, der ermordet werden will. Dann müssen wir uns die Schmugglerstätte angucken. Also wir haben jetzt erstmal wieder viel zu tun. Wir machen keinen zweiten Kreuzzug. Vor allem der nächste Kreuzzug wäre ja wieder der finale Kreuzzug von Welt 3. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen länger ist. Und wir da ein bisschen geforderter werden. Aber die Dolchfähigkeit war krass. Die Dolche, die da aus der Luft kommen. Das wäre was, was man auf jeden Fall leveln kann. Okay, pass auf. Wir fangen gleich hier an. Erstmal Felix. Du bist geheilt. Dann, Felix, kannst du auch gleich ein Geschenk bekommen. Also erstmal inspirieren wir dich. So, dann bekommst du ein Geschenk. Anhänger wird ein höheres Bewegungstempo haben. Wird nie schlafen. Ja, dann kriegst du das Bewegungstempo. So. Okay, und arbeitstechnisch kannst du dich gerne um die Farm mitkümmern. Da wird es eh gleich ein Bit Zukunft mehr sein. Dann haben wir... Wait. Ich kann den gar nicht heilen. Warte, wo ist mein Kranker? Hä, hier? Hä? Ach, hat der sich hingelegt von selber und ist wieder fit? Toilettenhäuschen kümmere ich mich gleich drum. Ist der nicht krank geworden? Bin ich doof? Warte, wer ist der Kranke? War das nicht er? Wahrscheinlich hat er sich selbstständig hingelegt. Okay, okay. Der hat sich, glaube ich, selbstständig hingelegt. Ja, wunderbar. Dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles easy. Dann ist doch alles easy. Guck mal, hier können wir schon wieder alles abholen. Okay, hier müssen wir dringend die Sachen rausnehmen. Ah, ich bin ja schon dabei, Leute. Ich bin ja schon dabei. So, hier können wir auch die Sachen rausnehmen. Wunderbar. So, hier können wir auch Sachen rausnehmen. Hier liegen zwei... Ne, sieben Münzen. Auch schön. So. Dann haben wir Trainer. Ah, zynisch und gläubig. Ja, okay. Beides in Ordnung. Also, das eine ist sowieso und das andere ist nicht so schlimm. Äh, du gehst beten. So, zack. Und. Balsebub. Oh, nice. Erhalte bei der Rekrutierung sofort den Glauben. Ja, gut, das ist jetzt egal, weil wir eh gerade kein Glauben verlieren. Und er ignoriert die Predigten von Abweich. Oh, das ist gut. Er kann nicht, er kann nicht abweichen. Sehr schön. Also, von anderen kann er nicht abgewichen. So rum, ne? So, pass auf. Du... Du... Du betest auch erst mal. So. Okay, dann machen wir hier sämtliche... Ah, okay. Äh, hab ich? Achso, weil ich Felix oben hatte. Der ist jetzt bis hier runtergelaufen. Ich verstehe. Ich muss nur kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt... Nicht, dass ich jetzt, äh... So lange inspiriere, bis der Tag abgelaufen ist und ich die Predigt nicht halten kann. Das wäre nicht Sinn, dass Sache... Oh. Wir müssen, wir müssen Levels holen. Einmal hier. Einmal hier. Alter, Stufe 8 Fight. Maschine. So. Wunderbar. Ah, noch einer. Wo ist er? Da, er ist geläppert. Trainer. So, pass auf. Dann gehen wir... Gehen wir Dings machen. Predigt. Bevor, wie gesagt, bevor es Abend wird. Das wäre nämlich nicht so cool. Ich glaube, jetzt habe ich alle, ne? Okay, let's go. Predigt machen. Ach, dann können wir aber auch... Wir haben jetzt ja einen alten. Den alten, den einen alten können wir auch opfern. Das ist ja noch besser als am Morden. Dann kriege ich ja sogar Dings von ihm. Ja, ja stimmt. Opfern ist ja immer besser. Dann kriege ich ja hier sogar ein neues Level abgleich. So. Pass auf. Äh, dann machen wir jetzt erstmal die Tafel oben. Ähm. Gesetz und Ordnung. Drei von vier. Glaube an die Ursünde. Alle werden schuldig geboren. Du erleidest einen verringerten Glaubensverlust, wenn ein Anhänger eingesperrt wird, der kein Abweichler. Wieso sollte ich Anhänger absperren, die keine Abweichler sind? Warum sollte ich einsperren, wenn jemand nicht abweich... Verstehe ich nicht. Die Freiheit steht überall im. Jeder Tag, der ohne Eingesperrte im Gefängnis beginnt, bringt plus zehn... Geil. Nehmen wir. Ich sperre ja nur ein, wenn sie ab... Warum sollte ich denn sonst einsperren? Gibt gar keinen Sinn. Ich sperre doch nicht ein, wenn er nicht abweicht. Okay, so. Ah, hier geht es nochmal richtig ab. So, dann. Äh, Opfer. Zeuge Agaris ist es, na? Sonst ist keiner alt, richtig? Ja, okay. Zeuge Agaris. War schön mit dir. Aber wir müssen uns jetzt verabschieden. Wie sie sich noch freuen, wenn sie da runtergezogen werden. Ja, es ist... Ei, 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 ei. Okay, und jetzt können wir nämlich... Wir haben ja gerade als erstes festgestellt, die Dolchfähigkeit ist auf jeden Fall cool. Erhöht die Anzahl der geworfenen Dolche und den durch sie verursachten Schaden. Das werden wir jetzt mal als erstes leveln. Auf jeden Fall sinnvoll. Und auf jeden Fall eine Fähigkeit, die ich öfter nutzen würde. Bei der Axt wissen wir, es ist so ein Wurf. Das Schwert hat so einen extra Schlag. Die Handschuhe haben so eine Drehung. Also, ja. Okay. Ja, krasser Scheiß. Dann lesen wir kurz hier die Doktrin wieder durch. Aber das haben wir ja eh verstanden. So, zack, wunderbar. Und dann haben sie wahrscheinlich hier auch wieder Dinge hinterlassen. Du hast jetzt genug Betten für alle deine Anhänger. Trainer ist entsetzt, dass du einen Anhänger... Ja, Trainer hast du Pech gehabt. So funktioniert das bei uns. Ne, ich wollte mit Trainer sprechen. Warum ist die... Ist das einfach so? Der Antwort einen älteren Anhänger... Ich bin froh, dass er an für diesen Ältesten... Hä, der ist gar nicht entsetzt. Ist vermutlich das Beste. Ach so, das eine ist der Effekt hier, den er haben soll. Und das andere ist... Ich verstehe, ich verstehe. Okay. Gut. So. Ja, wunderbar. Dann holen wir uns jetzt mal alles, was hier abgebaut wurde. Wahrscheinlich zerbrechen die Dinger gleich wieder. So nach 30 Stück oder so gehen die ja schon kaputt. Ah, hier gibt es wieder richtig viel Kohle. Hier kann ich wahrscheinlich auch wieder Sachen rausholen. Jawollo. Sehr schön. Hier kann ich wahrscheinlich auch spielen. Alter! Bruder! Es ist... Es geht sowas von ab hier. So, gleich wird es Nacht. So. Ach, guck mal, hier brauche ich sogar Wolle für die Steinmine. Auch interessant. Wolle haben wir noch nie erstellt. Aber wir wollen ja erst mal das Samenlager bauen. Dafür brauche ich jetzt noch... Also die Golddinger soll ich jetzt bekommen. Ich glaube, ich brauche noch drei so Holzteile. Ja, jetzt habe ich nämlich fünf Holzteile. Aber wir erstellen einfach mal jetzt mehr. Dass wir auch mal wirklich genug haben. Wir erstellen jetzt einfach mal von allem bisschen was, dass wir das auch einfach mal zur Verfügung haben. Na, so ein Ding ist das. So. Jetzt wird es aber hier gleich Nacht. Das heißt, die... Und wir kriegen hier die nächste Stufe. Alter, es ist so sick. So, und jetzt wäre Harburim, der in der Nacht ermordet werden will. Ah, ich weiß nicht. Aber, ey. Es ist ja sein Wunsch gewesen, ne? Es ist ja tatsächlich sein Wunsch gewesen. Kann ich einem Anhänger diesen Wunsch verwehren? So, Missionale, wenn wir hoch. Wir haben immer noch keine Dämonen beschwert. Ich habe mir das immer noch nicht angeschaut. Wahrscheinlich ist das voll die Vereinfachung für die Quests. Und ich mache es einfach nicht. Das ist auch dumm. Ich gucke mir jetzt mal an, was ich da leveln. Was ich dafür brauche. Beziehungsweise wir machen das im nächsten Part. So, Harburim, wo bist du? Oh, shit, der schläft hier vorne. Okay, Kollege. Das fühlt sich so falsch an. Ich kann das nicht. Das fühlt sich... Wie lange läuft die Quest noch? Wann läuft die aus? Eigentlich läuft die gleich aus. Wie lange läuft mein Effekt noch? Der läuft auch gleich aus. Wie alt ist Harburim? Guck mal, der ist erst Stufe 3. Ich will den nicht, Amor. Nee, der ist erst Stufe 2. Der ist... Eine öde Unterhaltung geführt. Warte, der hatte... Ah, ich kann das gar nicht so weit zurücklesen. Ach, komm. Ja, scheiß drauf. Aber andererseits würde ich ja auch nur glauben, bekommen dadurch. Und selbst den... Selbst den bekomme ich jetzt ja nicht, ne? Ach, es fühlt sich einfach falsch an. Es tut mir leid, es fühlt sich einfach komplett falsch an, das zu machen. Oh, aber wir können jetzt das YouTuber-Ding hier vorne wieder zusammensetzen. Ach, komm, Harburim. Bringen wir es hinter uns. Ja. Komm mal mit. Ups, wollte ich nicht. Warum ist der... Ah, der bekommt es dann aber mit, oder? Kann ich den irgendwo anders hinschicken? Nee. Ey, Harburim, du wolltest es so. Erinnere dich bitte dran. Erinnere dich bitte dran, dass du das selbst wolltest. Ach, komm. Und jetzt aber die richtige Taste. Fleisch gewinnen. Okay. Dinge sind passiert. Warte, hat jemand anders die Quest gewonnen? Wollte der das gar nicht? Warte. Hat Trainer die... Hat nicht Harburim selbst? Ich bin verwirrt. Oder... Ich war bis gerade noch im Glauben, dass Harburim selbst diese Quest aufgegeben hat. Warte, hatte Trainer diese Quest mir gegeben? Oder ist es jetzt auf Trainer übergegangen? Ist es jetzt auf Trainer übergegangen, weil... Weil Harburim ja nicht die Quest erfüllen kann. Kann ich das hier noch irgendwo nach... Nee, ich kann das nicht nachlesen. Ich meine, es war Harburim selbst. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, es war Harburim selbst. So. Okay, passt auf. Dann gucken wir uns jetzt den neuen Dings an. Achso, nee, erstmal... Pass auf. Erstmal neuer Tag. Erstmal neuer Tag. Erstmal alles inspirieren wieder. Erstmal alle wieder... Alter. Hier eskaliert schon wieder alles. Alter, neue Karte. Let's go. Also noch nicht neue Karte, aber... Weißt du schon. So, inspirieren. Hier gibt es kein Level Up. Nein, ich will nicht gießen. Ich will mit dem reden. Mein Gott, ey. So. Hier unten haben wir auch noch nicht, ne? Nee. Wir haben so viele Leute hier. Der Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Was hier los ist. So. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich alle erwischt. Mach mal Predigt. Jo, das gibt direkt das nächste Level. Ich werde wahnsinnig. Ist das ein Fortschrittspart heute wieder? Oh. Gut. Eine Stufe fehlt. Beziehungsweise ein Punkt fehlt. Ja, ist in Ordnung. So. Und das ist lustig, ist halt, ich könnte das Pilzritual fast wieder... Also, dieses Pilzritual ist wirklich... Es ist fast wie Cheaten. Du kannst einfach machen, was du willst. Der Glaube geht nicht mehr runter, sobald du dieses Pilzritual hast. Das ist so stark. Das ist so stark. Ich komme nicht drauf klar, wie stark das ist. Okay. Okay. So. Okay. Wir wollten uns... Nee, den Mondbeschwörung machen wir nächsten Part. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Ähm. Es fehlt noch ein Holzding hierfür. Ein Holzding fehlt noch für Samenlager. Das kriegen wir hier gleich. Ähm. Und dann... Können wir das bauen. Ich wollte... Ich wollte was kochen, weil die Hunger haben. Ich wollte was kochen, weil die Hunger haben. Kann ich hier schon wieder was ent... Nee, hier kann ich nichts entnehmen. Okay, ich glaube, übergeben ist mir lieber, als dass sie krank werden können. Na? Achso, stopp. Kann ja selber kochen. Kann ja diesmal selber kochen. So. Und jetzt kann ich nämlich auch gleich, wenn die es sich über... Alter! Die lassen praktisch wirklich direkt die Ressourcen... Okay, ich verstehe. So, und übergeben haben sie jetzt nur zwei Stück, ne? Ah, es war ja voll gut und direkter Hunger ganz oben. Ja, großartig. Okay. Hier ist auch schon wieder was zu nehmen. Let's go. So. Aber wie kriege ich denn jetzt Wolle? Also, weil... Ich kann hier nur... Ich kann hier nur Wolle nutzen, aber ich hab noch gar keine Wolle. Scheinbar. Hier, ich hab noch... Ich hab null von diesen Wolle-Knöllen. Kriege ich Wolle-Knölle? Egal. Wir machen erst mal das Samenlager. Ah, okay. Das würde ich gerne... Geh zurück. Wir verschieben erst mal... Wir verschieben erst mal... ...den Kollegen hier. Das Düngersilo verschieben wir erst mal nach... ...nach hier. Und dann können wir das Samenlager... ...hier hin bauen. Dann können die nämlich... ...sobald das Samenlager hier steht... ...kann ich da ja wahrscheinlich... ...alle Samen einlagern... ...und die verteilen es dann selber... ...auf die Samen-Silos. ...jana ist schwer erkrankt. Pupre ist erkrankt. Bart, meine Schwer... ...was ist denn jetzt schon wieder kaputt? So, Bettruhe. 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 Naturheizkette. Wieso erkrankt ihr denn plötzlich einfach? Sind das Nacheffekte vom Essen? Aber ich hatte da gar nichts mit mit Dings. Oh, du hast eine Quest. Ich habe Angst. Bitte will nicht ermordet werden. Skeptik und Kett haben wir im Weg... ...un zu verflogenem Leben. Okay. Abtrünniger Anhänger. Ja, natürlich nehmen wir. Kommt direkt ins Gefängnis. Kommt direkt ins Gefängnis, der Kollege. Ähm, zynisch. Keimphobiker. ...starke Verfassung. Gut. So, mein Freund. Ab. Mit dir hier rein. Und direkt umziehen. Easy questing. Easy questing. Sehr schön. Okay. So. Dann haben wir das auch geschafft. Ähm, wunderbar. Oh, hier ist noch jemand krank. Bettruhe. Abflug. Okay. Pass auf. Ähm, hier kann ich wieder einsammeln. Sehr gut. Sehr gut. So, ich wollte mir das Samensilo angucken. Alle Samen deponieren. Easy. Ja, da passt ja alles rein. Da passt ja alles rein. Wunderbar. Und dann verteilen wir das selber hier drauf. Ach, es ist ja großartig. Ach, es ist ja großartig. Sehr schön. Hier kann ich einfach immer alle Samen reinpacken. Und dann ist cool. Super. Super, super, super. So. Gut. Die schlafen alle jetzt. Ähm. Okay. Ich glaube, wir beenden den Part. Wir gucken uns beim nächsten Mal die andere. Okay, wir machen noch kurz das hier. Missionar 3, let's go. Zack. So, wir machen noch kurz das hier. Dann beenden wir den Part. Ich beende jetzt den Part. Und wir machen nächstes Mal die ganzen anderen neuen Sachen noch. Also, wir müssen noch die, die neue, den neuen Bereich erkunden, was es da gibt. Äh. Dann hier gucken, was wir zum Bauen als nächstes brauchen. Und ich denke, am nächsten Part werden wir auch den dritten Boss angehen. Ich glaube, das ist, das ist so in etwa, was im nächsten Part mindestens passiert. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Hat gut gepasst, den Part zu. Hallo, was ist denn jetzt? Hallo.